Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Brustia Dortmund, Bundesliga 2012-2013, 70 Spieltag. Hannover 96 gegen Brustia Dortmund, Endgibnus 1 zu 1. Das ist ein geile Ergebnis. Start 11. Hannover 96, Silja, Schachtolo, Ekelmann, Hakiui, Rasch, Stindel, Da Silva, Ribinto, Schola, Schola, Dorf, Holz, Si, Sobati, Da, Co, Konam, Start 11 von Brustia Dortmund, Roman Waldenfeller, Piszczek, Schipanowski, Hummels, Schmelzeach, Kiel, Beder, Blazikawiski, Mario Götze, Marco Reus, Robert Lewandowski. Das war's von Hannover 96 gegen Brustia Dortmund, 19.59 Uhr, Wetter in Bakukheim, 12 Grad. Plan出来 und